Herzlich Willkommen bei den Aktiennoobs an diesem wunderschönen guten Abend zur Late-Night-Börsen-Talkshow hier bei uns auf unserem Kanal. Mit dabei natürlich wie immer. Ja, der Ene. Schönen guten Abend. Sehr schön. Ja, wir haben es wieder geschafft und diesmal stehen die Hauptversammlungen an. Das wird unser Hauptthema sein heute. Ja, wie ihr seht im Titel, Aurelius, 2 Euro Dividende gezwungen. Werden sie wirklich zu 2 Euro Dividende gezwungen? Das wird interessant. Ja, da werden wir nachher drüber reden. Genau, richtig. Aber bevor wir natürlich wieder darüber reden, dürfen wir nicht vergessen, dass wir unseren sensationellen Disclaimer erstmal hervorzaubern müssen. Denn wir fordern niemanden zum Kauf auf. Alles erfolgt auf eigener Gefahr. Denn Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Totalverlust führen. Wie immer. Wie immer, ne? Das kenne ich auch schon. Keine professionelle Beratung bezüglich Finanzen. Denn alles ist nach bestem lubischen Wissen und Gewissen investiert. So sieht es aus. Genau, ja. Und wie dem auch sei, haben wir natürlich noch einen ganz anderen wichtigen Hinweis mitgebracht, den man nicht zu unterschätzen darf, würde ich sagen. Das wäre folgender. Ja, weiß nicht, ob du den schon siehst. Ja, ja. Genau. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann würden wir uns natürlich über ein Abo freuen. Einfach hier kostenlos auf den Abo-Button klicken und dann in Zukunft auch immer informiert werden, wenn wir live gehen. Und es wird, ja, sehr viel Spannendes Neues kommen in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, da so viel können wir verraten. Wir haben uns darauf schon, ja, die letzten Wochen vorbereiten. Deswegen war es einen Tick stiller. Ja. Aber ich glaube, das wird sich lohnen auch für euch, diese interessanten Neuigkeiten zu erfahren, was wir euch mitbringen werden. Gut, dann lass uns mal wieder starten mit unseren netten Grafiken, die wir mitgebracht haben, die es ja weltweit gibt. Ja, und starten wir natürlich wieder mit dem Fear and Greed Index. Letzte Woche waren wir bei 56 Punkten. Also, ja, da ging es schon langsam wieder Richtung, ja, weiß nicht, Greed los hier. Ja, ja, die Stimmung war ein bisschen positiver, würde ich sagen. Und wenn wir jetzt mal die aktuellen Zahlen sehen vom 7. Mai, also sprich vom Freitag, dann ist es neutral. Also, hat sich nichts getan grundsätzlich. Ja, es gab ja so den einen oder anderen Kommentar, sage ich jetzt einfach mal. Das jetzt, also, was hier Janet Yellen hat, die Finanzministerin der USA, hat ja gesagt so von wegen, ja, also, sie geht davon aus, dass die Notenbanken jetzt die Zinsen anheben müssen schnell, aber dann wurde es doch alles wieder relativiert. Und, ja, irgendwie, man weiß nicht so genau, in welche Richtung es geht. Wir haben sensationelle Zahlen gehabt teilweise bei den Unternehmen. Vieles war besser als erwartet, aber trotzdem hat der Markt in vielen Sachen auch ein bisschen abverkauft. Es ist so ein bisschen hin und her und ich habe halt einfach so das Gefühl, momentan weiß eigentlich so gerade keiner, ob er eigentlich jetzt eher bullish oder bearish sein soll. Aber ich bin ja grundsätzlich immer bullish, also von daher. Ja, dann denke ich, werden wir keine Probleme damit haben. Werden auf jeden Fall spannende Wochen werden und, ähm, wie immer natürlich gibt es auch in der nächsten Woche interessante Unternehmen, die Zahlen melden. Ähm, da gibt es echt einige interessante und auf die, auf die ich mich am meisten freue, ist Koti, muss ich sagen, also sprich morgen. Ähm, das wird, äh, sehr interessant werden und was die für einen Ausblick haben. Ja, Koti wird sehr interessant. Ähm, ich meine, Sie haben ja schon gesagt, äh, dass die Zahlen an sich gar nicht ganz schlecht werden, aber, ähm, dass die Transformation noch läuft und dass das alles ein bisschen länger dauert. Ja. Also, also, nicht so schnell geht, wie manche jetzt hier erwarten vielleicht, aber jetzt auch nicht länger als das Management, das schon eigentlich auch immer gesagt hat. Also, von daher ist es jetzt nichts Schlimmes oder nichts Neues. Ähm, was mich auch interessieren wird, ist morgen die Zahlen, ähm, von Simon Property nach Börsenschluss morgen. Sind Sie das hier, Simon? Simon, genau. Ähm, da bin ich echt mal gespannt, wie der Reed abschneiden wird, ähm, da die ja auch einige Umstrukturierungen hatten, äh, in der Mieterstruktur. Sie haben ja, äh, einen Lebensmitteleinzelhändler gekauft gehabt, der auch einer ihrer Mieter war, äh, und der ist insolvent gegangen und, ja, den haben sie irgendwie, wie haben sie so schön gesagt auf Twitter, äh, manche Gleichen flattert, ähm. Und da bin ich auch mal gespannt, wie sich da die Zahlen entwickeln werden. Ja, und dann. Und ob sie auch vielleicht die Dividende mal wieder anheben, auf ein Niveau, wie sie ja, äh, vor der Krise waren. Das wäre natürlich. Weißt du jetzt, was sie zahlen an Dividende? Ähm, ich glaube, 6 Dollar sind es aktuell, wenn mich nicht alles täuscht oder so, oder 1,40. Ja, irgendwie, irgendwie so haben sie, glaube ich, gezahlt, 1,40. Und, ähm, ja, wenn sie wieder auf dem alten Stand gehen, ich habe die ja wirklich zu einem super günstigen Preis damals gekauft, dann würde ich mich schon freuen. Das glaube ich. Ähm, aber wer weiß, vielleicht erhöhen sie die Dividende, ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und, genau, Coty hat mich auch interessiert, richtig, ja. Und dann am Mittwoch, ähm, für mich sehr interessant, Mastel Week, ja, ähm, 1A, ähm, Weed aus Amerika mit Top-Lagen. Mal gucken, ob die Geschäfte wieder angezogen sind, ähm, ob die Einkaufszentren wieder voller sind, nach den guten Impfdaten aus Amerika, äh, da bin ich sehr gespannt, was sie vermelden haben. Ja, da, also, vor allem in Amerika, da geht es ja schon wieder los. Da geht es los. Da könnte es ja schon eher so sein, aber, ähm, wenn ich jetzt mal hier nur mal als Beispiel in Stuttgart, äh, wo ich erlebe, da gibt es ein, äh, ein, äh, ein, Einkaufszentrum, das nennt sich Milaneo und das ist einer der größten Einkaufszentren, glaube ich, oder einer der größten Malls in Europa. Ähm, und das ist halt komplett leer. Also, da haben zwar manche vereinzelte Geschäfte haben offen, aber ich glaube, wenn da zehn Kunden am Tag durchlaufen momentan, ist es wirklich viel. Ähm, und da bin ich auch mal gespannt, was sich da tut. Ähm, in Amerika, denke ich mal, das wird auch bei Tenga und so, wird sich das positiv auswirken. Äh, die Impffortschritte gehen da massiv voran. Die Leute können teilweise schon wieder auf Konzerte gehen, ähm, wenn sie geimpft sind. Und ich glaube auch, in den Malls wird sich das wieder erholen. Und deswegen ist halt auch da Simon natürlich interessant, weil die ja auch Malls haben. Ja, ja, das stimmt. In der Tat, hier, guck mal, Yeti gibt's auch, ne, Yeti meldet auch Zahlen. Ja. Kenne ich zwar nicht, aber finde ich gut, Yeti. Yeti, ja. Ähm, was auch noch interessant ist, ist zum Beispiel Walt Disney am Donnerstag nach Börsenschluss. Ähm, auch ein, ja, interessant, wo geht's hin, ne, mit Disney Plus? Äh, wie entwickeln sich die Abo-Zahlen? Gibt's eine Überraschung? Schauen wir mal. Ähm, wie entwickelt sich's auch mit den Kinos? Ich meine, in Amerika haben wir jetzt teilweise Kinos schon wieder geöffnet. In Europa nicht oder in Europa. Teilweise, in Deutschland noch immer nicht. Seit einigen Monaten jetzt nicht. Ähm, und das, ja, lässt natürlich die Kinobranche auch so langsam austrocknen. Ja, das stimmt. Alibaba sehe ich gerade auch am Donnerstag und meldet auch noch Zahlen. Ja. Ja, Xpeng Auto, ähm, da und da hier. Also, paar interessante Werte wieder dabei. Ähm, ich glaube hier QuantumScape ist doch von unserem Dieter, ne, oder nicht? Die eine Aktion. Genau, QuantumScape hat ja Dieter mit drin aus der Community. Ähm, ja, da gibt's ein paar Sachen auf jeden Fall. Also, bin auf jeden Fall gespannt, wo es hingeht. Das stimmt, ich auch. Gut, und dann, äh, worauf ich mich auch noch besonders freue, bei, ich hab's noch nicht geschafft, meine Liste zu aktualisieren. Aber, der eine Wert ist auf jeden Fall drinne. Die Geo Group meldet nämlich morgen auch Zahlen. Ähm. Ja, schauen wir mal, wo es hingeht, ne. Ja. Ich hoffe nicht noch weiter runter für dich und für die anderen Aktionäre. Äh, der hat ja jetzt schon dieses Jahr echt einiges verloren, nachdem Biden den Vertrag nicht verlängern will. Tja. Ja, einfach, da muss man, glaube ich, einen langen Atem haben. Mal schauen. Aber, trotzdem, ich bin trotzdem gespannt, was sie berichten. Ich werde mir das genau ansehen. So, dann, ähm, da wir jetzt ja gerade von auch bei den Shopping-Reads waren, unter anderem, äh, ja, die Event-Collection, einige Reads hier, EPR-Properties, ist noch nicht so gut, sehe ich gerade. Das war für im März, das letzte Mal, wo hier Reporter wurde, aber einige andere, WP Carry und hier American Store Capital habe ich ja, zum Beispiel, also war ziemlich hoch, ne, ähm, was ja sehr schön ist. Bin da mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Sollte jetzt ja mit den Leuten, die alle geimpft sind, äh, ja, super sein, wieder zu shoppen, Geld auszugeben, was die Amerikaner ja mögen und was gut ist dann für unsere Dividende. Ja, das richtig. Genau. Und dann habe ich nochmal einen Slide mitgebracht, nämlich die Shopping-Center selber. Ähm, ja, da steht die Macewick jetzt gar nicht drauf, aber ist nicht schlimm. Trotzdem sieht man, wo der Trend aber auch hingeht. Ja, also, sieht schon recht freundlich wieder aus. Ja. Ja, man sieht, dass die Mieten wieder eigentlich, äh, einnehmen und, dass das soweit läuft. Also, von daher bin ich da auch sehr positiv gestimmt. Genau. Ich bin auch gespannt, was Tenga da machen wird. Ähm, ob sie die Dividende konstant halten werden jetzt über das Jahr oder, bin ich echt gespannt. So, dann haben wir noch ein paar Real Estate Earnings. Ähm, da kommen dann am 10. Montag, ja, die Geo-Group, wie schon gesagt, Simon Properties haben wir ja hier, Macewick am Dienstag. Ähm, CBL, ja, ist auch ein Shopping-Biet, den habe ich zum Glück nicht. Ähm, der ist nämlich schon fast pleite, aber den da unter habe ich, Washington Prime, den habe ich, glaube ich, noch... Den sind nicht auch pleite? Ja, sind eigentlich, eigentlich, ja, aber, äh, die leben noch, sage ich mal. Mal gucken. Ähm, war aber in der damaligen Zeit, äh, ein guter Dividendenzahler. Ja, mal schauen. Deswegen kann ich nur sagen, äh, wie Frau Sander immer sagte, ähm, weit gestreut, niemals bereut, ähm, wird mich der Verlust, wenn ich ihn realisieren sollte, mal nicht umhauen. So, was haben wir noch? Dann kommen wir noch mal zum Dividendenkalender. Ähm, da haben wir mal einfach geguckt, was letzte Woche los war, wer was gemeldet hat. Und da sehen wir natürlich entsprechend, dass es drei Unternehmen gibt. Ähm, ja, die erste ist ein österreichisches Unternehmen. Ähm, haben alle Dividende auch, ähm, angehoben. Ja, Deutsche Post ist, glaube ich, klar bei dem Geschäft, was die hatten, dass die auch ein bisschen mehr Dividende zahlen können. Ich glaube, denen geht es jetzt nicht so schlecht. Nee, die Deutsche Post ist ja in der Tat ein Krisengewinner. Ja, kann man so sagen. Äh, aber ist ja auch klar. Ich meine, die Läden haben zu, wo sollen es die Leute herholen? Geht ja nur eine Möglichkeit und das ist halt per Online-Shopping, wenn es der Supermarkt nicht, nicht noch zufälligerweise hat. Und, ähm, da anverdienen die natürlich dann, aber nicht nur Deutsche Post, auch UPS, DPD, Hermes, die ganzen Paketboten. Ähm, also, ich habe mich mal mit einem Paketboten hier unterhalten, der hat gesagt, naja, äh, das Volumen ist ungefähr so hoch wie Anfang Dezember. Echt? Wahnsinn. Aber halt, halt durchgängig. Ja. Äh, das zeigt halt, dass sich dieses ganze Online-Shopping, äh, Thematik, Amazon und so weiter, das wird sich weiter durchziehen. Ja. Ja, dann kommen die Quartalszahler. Da haben auch einige Unternehmen steigende Dividenden wieder gemeldet. Ähm, der höchste ist hier Baxter International mit 14%, aber auch Padmet Express, ähm, die kennen wir ja auch beide mittlerweile, ähm, hat ihre Dividenden erhöht, ähm, zahlt jetzt, ja, gut 4% Dividendenrendite im Jahr, was gar nicht so schlecht ist. Wer die noch haben will, Rekordtag hier, der ist am 14.05. Ähm, ja, aber immer noch Unternehmen, die jetzt erhöhen und, ja, Pepsi auch, unter anderem, ja, ganz nett, aber da sind jetzt, also außer Padmet, Padmet würde ich noch interessant finden, aber die anderen, gut, Kellogg ist nicht so mein Unternehmen. Kellogg, super Unternehmen. Ja, das werden wir später klären. Ähm, so, dann haben wir euch noch was Interessantes mitgebracht, das hat der Ene gefunden, die Zahl der Woche für uns, ähm, sehr interessant. Kannst du uns das einmal näher bringen? Ja, natürlich. Ähm, es ist ja immer so, dass es, egal, um was es geht, es finden immer Diskussionen statt. Diskussionen, welche Strategie denn eigentlich die beste ist. so, da hast du dann mal die Leute, die sagen, naja, ich gucke mir eine Aktie 5 Minuten an, ich gucke mir das Unternehmen 5 Minuten an, ja, wenn ich ein gutes Bauchgefühl habe, dann kaufe ich die. So, dann gibt es die Leute, die sagen, ha, nee, hier, aber da gibt es ganz klar im Chart zu sehen, Kopf, Schulter, Kopf, nee, Schulter, Kopf, Schulterformation und so weiter, und ja, das ist definitiv das und das, und dann passiert das und das, und also Charttechniker. und es gibt ja alle möglichen verschiedenen Strategien und die seht ihr unten in der Reihe, in der Grafik von Sentiment Trader und man hat einfach mal geschaut im S&P 500, welche der Strategien denn am besten performt hätte, also so im Schnitt, ich meine, ich glaube, das kann man gar nicht so hundertprozentig genau sehen, man hat vielleicht dann halt irgendwie den gleichen Punkt genommen, wo man gekauft hat oder wo man getradet hat, wie auch immer. Auf jeden Fall hat man halt festgestellt, dass die Leute, die Buy and Hold gemacht haben, die meiste Rendite im Bereich Januar bis April gemacht haben und das mit Abstand zu allen anderen Strategien, weil die war halt einfach so, dass im Januar, Februar die normalen, ja, Indikatoren, sage ich jetzt einfach mal, die man halt für Chart Trading nimmt oder für die anderen, ja, anderen Strategien, dass die halt alle nicht so funktioniert haben und am besten es halt einfach war, zu kaufen und einfach liegen zu lassen und nichts zu tun. Und das ist natürlich auch sehr interessant für die Leute, die halt, so wie wir jetzt zum Beispiel Buy and Hold Anleger sind. Genau, oder für Leute, die gerade anfangen mit der Börse, die gerade zufälligerweise unseren Kanal sehen, lasst euch nicht vom Traden vielleicht, ja, trickern, sondern ihr seht das hier auch, was der Sentiment Trader zeigt, Buy and Hold ist überlegen und da gibt es auch noch diverse andere Studien. Außerdem ist es das entspanntere Medium, finde ich. Ja, also Buy and Hold ist nicht immer überlegen, muss man auch dazu sagen. Das ist jetzt nur in dem Zeitraum Januar bis April diesen Jahres gewesen. Ja, aber ich habe ja zum Beispiel gestern jetzt für das Depot-Update, habe ich Portfolio-Performance aktualisiert und jetzt mal eine Frage an dich. Ich habe insgesamt, habe ich gesehen, also ich habe ein bisschen getradet. Also ich habe so ein, zwei Aktien mal gekauft und habe sie dann wieder verkauft und so weiter, weil ich mich dann doch nochmal für eine andere entschieden habe kurzfristig, nachdem ich sie schon gekauft hatte. Auf jeden Fall, was denkst du, es waren insgesamt fünf Aktien. Wie viele von den fünf Aktien stehen heute, die ich damals gekauft habe und sofort wieder verkauft habe, weil ich mich umentschieden habe, stehen heute höher? Alle fünf, oder? Nee, vier von fünf. Ah, wow, okay, ja, Wahnsinn. Die einzige, die nicht höher ist, war in der Tat Macaric, weil die habe ich verkauft, als dieses Wall-Street-Bets hoch war. Ah, okay. Da habe ich die Chance genutzt und habe die mit, ich glaube ein paar Cent Verlust habe ich sie verkauft. Ja. So, das war die Einzige. Ansonsten alle anderen hätte ich lieber halten sollen. Standen alle höher. Also ich habe zum Beispiel, ich hatte überlegt, ob ich Porsche kaufe und ich hatte sie auch schon gekauft, hatte mich dann aber nochmal umentschieden für Flowtraders. Das war aber eine gute Wahl. Ja, die war auch nicht schlecht, aber Porsche wäre auch gut gewesen. Ich hatte mich auch für BASF entschieden und hatte mich auch bei BASF umentschieden und habe dann nochmal eine andere Aktie gekauft gehabt. So, auch die war deutlich höher. Also das zeigt halt im Endeffekt, so wirklich zu wissen, wo es hingeht, das weiß halt einfach keiner. Also keiner von uns kann in die Glaskugel schauen und sagen, so und so ist es. Ähm, und gerade da haben halt Buy-and-Hold-Anleger einfach oft die Nase vorn. Ja, das stimmt. Ja, außerdem für mich ist es ein bisschen, man hat da noch so viele andere Sachen zu tun im Leben. Traden, also von morgens bis abends, das wäre mir glaube ich zu anstrengend. Da müsste man vielleicht das voll zeitmäßig machen und dann ist es ja auch noch nicht gesagt, ob man da Erfolg hat. Ähm, es gibt bestimmt diverse Strategien, die da zu führen. Man sieht das ja unten, also was hinter Buy-and-Hold kommt. Ähm, also es gibt einige Sachen, da kann man auch ein paar Prozent oder entsprechend, ähm, ja, Prozentpunkte machen. Ähm, aber trotzdem. Also muss einem schon liegen, glaube ich, dieses Traden hin und her. Ja, klar, aber das ist natürlich auch immer auf jeden individuell anzupassen. Also manche sind halt einfach gute Trader und das kannst du jetzt ja auch hier nicht, äh, sag ich jetzt einfach mal, ja, verallgemeinern. Ähm, aber wenn jetzt jemand ein guter Trader ist, der hat schon auch festgestellt, dass diese Sachen vielleicht nicht funktionieren, also die normalen Strategien. Äh, wenn ich zum Beispiel Markus Koch, ich kann mich erinnern, dass er oft in seinen Streams gesagt hat, äh, oh, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, der Markt spielt verrückt, ne. Ähm, ähm, und von daher, ja, also gerade bei diesen Tradern, die haben es nicht leicht momentan, ähm, und wenn du dann so Leute wie ein Tim Schäfer hast, der zum Beispiel auch sagt, naja, Buy-and-Hold extrem, äh, ja, die haben gut lachen in dem Moment. Das stimmt. Ja, haben wir aber auch. Warte, die Dividenden fließen. Okay, apropos Dividenden, es ist ja die Zeit der Hauptversammlung und, ähm, ich habe ein paar Briefe bekommen in den letzten Tagen, ähm, sehr interessant und wurde eingeladen und habe Karten bestellt, äh, weil ich Karten bestellt habe, bei meinem Broker zu diversen Hauptversammlungen. Ähm, ähm, das geht euch bestimmt genauso, ihr habt euch bestimmt schon Karten bestellt für die Online-Veranstaltung eures Unternehmens, was ihr euch gerne näher ansehen möchtet oder beziehungsweise die Hauptversammlung und daran teilnehmen möchtet. Ähm, das ist zum einen die Telefonica Deutschland Holding AG. Diese Firma kennt man bestimmt. Also entweder man ist bei der Telekom, denke ich, ähm, oder bei Vodafone oder bei O2. Ähm, gut, es gibt da noch so 1&1 sicherlich, aber bei den drei Großen wird die Mehrheit, glaube ich, sein. Ähm. Ist 1&1 nicht größer als Telefonica? Nee, 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 nein. Telefonica ist jetzt mit der Größte neben der Telekom, glaube ich. Echt? Weil 1&1 gehört doch, wenn mich nicht alles täuscht, zu United Internet und United Internet ist doch relativ groß. Hm, ja, aber nicht ganz so groß wie die drei. So, die kommen an Nummer 4 oder 5. Ich weiß nicht, ob Freeland noch davor ist. Ähm, aber, ähm, also die sind auf jeden Fall, ich glaube, wenn dann hinter den drei Großen, soweit ich weiß. Okay. Ja, ähm, genau. Und für dieses Unternehmen habe ich mich entsprechend entschlossen, an der Hauptversammlung anzumelden. Ähm, und das ist echt spannend. Man macht ja den ganzen Prozess und dann darf man halt am 20. Mai ist die Hauptversammlung, ab 10 Uhr, live im Internet, dann teilnehmen. Bin mal gespannt. Ähm, zumal, ich muss auch sagen, warum habe ich diese Aktie im Depot und auch bei Div Baby im Depot? Weil das ist auch unser Provider. Also, da hat man später auch mal für die finanzielle Ausbildung dann ein Unternehmen zur Hand, wo man sagen kann, wir telefonieren viel, haben Internet, ähm, das bezahlen wir dann, oder bezahlen wir dann an das Unternehmen entsprechend, äh, die Gebühr. Und, ähm, irgendwann kommt dann dadurch auch nur Dividende zurück, wenn das Unternehmen Gewinne macht. Und, ähm, Gewinne hat es sogar gemacht. Ich habe, äh, aus der, hier entsprechenden, aus den Unterlagen, die auf der Seite dann sind, für die Aktionäre, entsprechend mal den Gewinnverwendungsvorschlag mitgebracht des Vorstandes. Und da steht eindeutig dabei, dass sie Gewinn gemacht haben, nämlich, äh, 535 Millionen, ähm, zum 31.12.2020 und der soll verwendet werden für die Ausschüttung einer Dividende von 18 Euro Cent, je dividendenberechtigte Aktie. So, und, äh, das ergibt dann auch 535 Millionen. Also, ja, da wird der ganze Gewinn wohl aufgezehrt, wenn ich das hier richtig lese. Nichtsdestotrotz, 18 Euro Cent, ähm, der Kurs war, glaube ich, bei 2,40 Euro. Ähm, ergibt so ungefähr, glaube ich, eine Dividendenrendite von 7% oder ein bisschen mehr. Ja, auf jeden Fall, ja, das schon seit Jahren. Also, wir haben die schon seit Anfang an im Depot, ähm, und genießen jedes Jahr die Dividenden, die jetzt sogar noch ein bisschen höher ist, weil ich, äh, kann ich schon mal verraten, nachgekauft habe. Mhm. Ja, mal schauen. So, und, ähm, ich bin nochmal gespannt, ihr könnt da mal unten schreiben, wer auch bei der, ähm, ja, virtuellen Hauptversammlung teilnimmt bei U2. Ähm, und wer nicht daran teilnimmt und vielleicht noch eine Frage hat, die man entsprechend stellen kann, der kann sie gerne in die Kommentare schreiben. Äh, noch habe ich Zeit, entsprechend, ich glaube, äh, 13. Mai kann ich Fragen stellen. Ich werde mal gucken. Ähm, ja, mehr Dividende geht nicht als die 18 Cent, würde ich sagen. Alles andere macht keinen Sinn. Nee, aber, könnte mir mal ein, zwei Fragen ausdenken. Aber würde es nicht lieber Sinn machen, ähm, bis vor sie den ganzen Gewinn, ich weiß jetzt nicht, was der Gewinn ist, ich habe es jetzt nicht angeguckt, aber würde es nicht Sinn machen, bis vor man den ganzen Gewinn irgendwie ausschüttet, dass man vielleicht, äh... Rücklagen würde für Investitionen, aber... Ja, ja, irgendwo halt investiert, also ich meine... Also, die investieren ja viel. Also, die investieren ja viel. Das haben die ja in ihrem Budget mit drinne für 2021 gehabt. Ähm, ja, also mit... Wenn sie anscheinend die, die hier den gesamten Bilanzgewinn halt ausschütten. Ähm... Und ich als Aktionär muss sagen, ist es okay, solange es nicht mehr ist, weil das ist ja der Gewinn, der total verwendet wird und nicht aus der Substanz geht. Und wenn es aus der Substanz geht, dann muss man natürlich hellhörig werden. Aber die Dividende war auch die letzten Jahre schon mal höher. Also war auch schon mal über 20 Cent oder 25 Cent sogar. Mal gucken. Ich glaube, letztes Jahr war sie 17 Cent, also um einen Cent erhöht. Ähm, ja. Ja. Also, ich nehme das jetzt mal so mit und dann schauen wir mal weiter. Ich... Telefonica, O2. Weiß nicht. Jeder bewertet den Service seiner... Seines Anbieters anders oder der anderen Anbieter, aber wir sind generell zufrieden. Äh, keine Probleme. Von daher... Deswegen habe ich auch nochmal aufgestockt, um nochmal ein bisschen Dividende mitzunehmen. Auf jeden Fall ist es ein schöner Booster für das Depot. Ähm, diese gut 7 Prozent. Und, äh, ja. Trotzdem spannend. Ich, äh, freue mich schon auf die Hauptversammlung, weil ich habe noch nie an der virtuellen Hauptversammlung von Telefonica teilgenommen. Das wird mein erstes Mal werden. Mhm. So. Verlierst also deine Telefonica-Jungfreundlichkeit. Genau, kann man so sagen. Sehr schön. So, dann aber ist mir auch, äh, was anderes passiert. Dann, ja, haben wir ja auch die Diffbaby vor allem. Ähm, hat die Deutsche Pfandbriefbank AG entsprechend im Depot. Wer diese Aktie nicht kennt, das ist, ähm, ja, in Deutschland eine Bank für Immobilienfinanzierung und, äh, öffentliche Investitionsfinanzierung. Zahlt er in der Vergangenheit eine recht gute Dividende. Ähm, ja, und jetzt, dieses Jahr liegt es, glaube ich, so bei 5,5 Prozent. Ähm, sehr interessant auf jeden Fall. Aber, ich habe, äh, versäumt, mich rechtzeitig anzumelden. Also werde ich da nicht dran teilnehmen können, wahrscheinlich. Ich werde Montag nochmal da anrufen und fragen. Ähm, aber es gibt auch eine Dividende, die vorgeschlagen wurde. Von Vorstand entsprechend, denn letztes Jahr gab es ja eine Nullrunde, wie wir wissen, durch, ähm, Corona. Und die EZB hat letztes Jahr ja empfohlen, entsprechend, dass die Banken keine Dividende zahlen, sondern das Geld erstmal behalten. Ähm, und, äh, schauen, ja, wie die Lage dann ist. Mhm. Jetzt, für 2020 gibt es eine Ausschüttung von 26 Euro Cent. Ähm, was okay ist. Ich weiß gar nicht mehr, 5 Prozent oder so, Dividende, 5,5. Ist okay, also, keine Frage. War natürlich schon mal höher. Ist okay. Ist okay, ist okay, absolut. Ja, zumal, es ist ja brutto, äh, gleich netto bei DIV Baby. Also, passt es, weil sie ja bis, äh, gut 5.000 Euro, ähm, Dividenden, Kapital- oder Kapitalerträge bekommen kann, ohne Steuerabzüge. Also, ist das alles super. Ähm. Ja, man sieht mal, man sieht mal, wie du schon versaut bist von Hochdividenden. Ja, wahrscheinlich. Aber trotzdem ist das Modell interessant, dieser Pfandbriefbank, ähm, kann man sich durchaus mal ansehen. So, und das Spannende finde ich dann wiederum, hier steht natürlich, sollte die EZB nach dem 30. September 21 höhere Ausschüttung erlauben, will die Pfandbriefbank diese Möglichkeit prüfen. Da bin ich mal gespannt, was da kommen wird. Ähm, da gibt es dann nochmal eine extra Ausschüttung. Ja, das wäre schön. Ja, das ist der Wert. Also, da werde ich keine Fragen stellen. Da gibt es da nichts zu tun, leider. Aber jetzt kommen zwei spannende Unternehmen, wo ich, äh, definitiv dabei sein werde. Die erste ist die Aurelius Equity. Ähm, ja, einer unserer Lieblingsaktien mit. Ähm. Nö, ich bin ja nicht mehr im Depot. Ne? Achso. Okay, dann habe ich sie nur im Depot. Aber ich finde sie trotzdem spannend. Ähm, denn Aurelius, äh, zahlt ja auch gern mal Dividenden. Ist ja ein Beteiligungsunternehmen. Ähm, und der Gewinnverwendungsvorschlag, ähm, ja, ist eindeutig. Ähm, die wollen den Gewinn, also eine Ausschüttung 1 Euro je Dividendenberechtigter Stückaktie, ähm, auszahlen. Ähm, das heißt, der Bilanzgewinn war 111 Millionen Euro. Davon wollen sie dann 28 Millionen Euro entsprechend an die Aktionäre verteilen. Der eine Euro und, äh, Gewinnvortrag dann, also den Gewinnvortrag aufs nächste Jahr. Ähm, ja, ist okay. Also ich wäre auch mit einem Euro zufrieden gewesen. Das, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann ich die, zu welchem Preis ich die eingekauft hatte. Ich glaube irgendwas 14, 15, glaube ich. Ja, aber, also, wenn ich jetzt noch Aktionär wäre, muss ich sagen, wäre ich angepisst. Ja, da, ja, kann man so sehen, kann man so sehen. Ähm, aber hast du recht. Es gab tatsächlich jemanden, der ist, äh, ja, ein bisschen angepisst, wenn man das so sagen darf. Denn er hat einen Gegenantrag, äh, gestellt. Ja. Ihr als Aktionärer habt nämlich das Recht, Gegenanträge zu stellen, nicht nur die Fragen zu stellen, ähm, die ihr einreichen könnt, wenn ihr an der Hauptversammlung seid. Nein, ihr könnt sogar Gegenanträge stellen. Ja. Und der Herr? Hätte ich, hätte ich sogar in der Tat auch gemacht, weil ich will es ganz kurz erläutern, warum ich da angepisst wäre als Aktionär. Ähm, es hat nämlich einen ganz einfachen Grund. Und Aurelius hat letztes Jahr gesagt, sie, ähm, tun die Dividende aussetzen, ähm, weil nicht so ganz klar war, wegen Corona, wegen den Portfolio-Unternehmen und so weiter und so fort, ähm, wie sie sich entwickeln werden. Alles gar kein Thema, verstehe ich. Ähm, vor allem, weil man ja auch gesagt hat, okay, es gibt eventuell spannende Kaufmöglichkeiten, wo man auch einsteigen kann. Genau. So, und dafür braucht man das Geld. Finde ich super, kein Thema. Aber dieses Jahr, äh, also seitdem ist nicht so viel passiert, sie haben zwar schon einige Zukäufe jetzt gehabt und so, aber, oder ein paar auch, glaube ich, ein, zwei, drei Sachen haben sie auch verkauft, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin nicht mehr ganz so nah dran. Ähm, auf jeden Fall ist die Dividende mit 1 Euro halt echt gering für das, was sie in den letzten Jahren ausgeschüttet haben und zudem dadurch die ganzen Portfolio-Unternehmen von Aurelius. Auch jetzt nicht so schlecht entwickelt haben. Ja. Ähm, fand ich das ehrlich gesagt ein bisschen wenig 1 Euro. Und wir haben ja gesehen, 111 Millionen Euro ist der Bilanzgewinn und, ähm, davon schütten sie 25 Prozent aus ungefähr. Ja. Ja. Ähm, ja, und das hat der Herr aus Jena auch so gesehen und hat gesagt, Gegenantrag. Ja, bester Mann. Also ein Hoch auf ihn, muss man echt sagen, der Herr aus Jena. Vielleicht sieht er dieses Video ja mal. Ähm, Ausschüttung einer Dividende von 2 Euro je Stück Aktie. Und, ähm, ihr mögt es nicht glauben, aber ich habe heute dem zugestimmt. Gut, ich habe nur 100 Aktien, also meine Stimme wird jetzt nicht so überragend sein, dass sie da, ja, die 2 Euro bewegt und, ähm, dass es wahrscheinlich entsprechend dazu kommt, dass der Gegenantrag zugestimmt wird. Aber mal gucken, es, ähm, gibt ja noch viele andere Aktionäre und die Masse macht's. Ja. Ähm, deswegen. Aber das Interessante ist ja, ähm, dass Aurelius dazu gezwungen werden kann, wenn die Aktionäre halt sagen, ja, wir sehen das alle so. Genau. Ähm, jetzt ist mal meine Frage an dich oder, ja, wie schätzt du es ein? Wird dieser Antrag, äh, eine Mehrheit kriegen? Ah, ich vermute mal nicht. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, ich habe mir die Aktien jetzt auch schon länger nicht mehr angesehen, äh, weil man sich ja auch immer wieder mit neuen Aktien beschäftigt, aber entsprechend, ähm, kann man durchaus sagen, dass, glaube ich, die, äh, Shareholder, ähm, die daran beteiligt sind in dem Unternehmen, äh, doch das größere Paket haben. Ähm, ich kann gerade mal gucken. Also es gibt ja 30 Millionen, ja, obwohl der Streubesitz ist bei 92,3 Prozent, also nicht so wie bei Mutaris, ähm, sondern der ist viel höher. Das heißt, äh, Aurelius hat nur knapp 7 Prozent, ähm, der Anteile. Ähm, der Rest ist verteilt. Also, das könnte dann doch schon spannender werden, hätte ich jetzt nicht gedacht, ähm, als man wohl anwendet. Ich meine, du musst es ja mal so sehen. Ähm, warum beteilige ich mich an einem Beteiligungsunternehmen? Naja, es ist ja klar, ich will, ich will was sehen für mein, für mein Geld, was ich da reinstecke in die Aktie, ne? Ja. Und, ähm, das ist halt das, ähm, wo ich der Meinung bin, dass die Aktionäre, die halt genau darauf aus sind eigentlich in dem Fall bei den Beteiligungsunternehmen, das ist ja was anderes, als wenn ich jetzt sage, okay, irgendwie ein, ein modernes Technikunternehmen oder so, ähm, die viele Selbstentwicklungen oder Neuentwicklungen haben. Das ist ja was anderes, wenn ich sage, okay, da die Dividende zu steigern, muss nicht unbedingt sein, ne? Weil ich will ja mehr, dass, dass die entwickeln, dass die investieren, wie auch immer. Ja. Aber bei den Beteiligungsunternehmen will ich ja auch, dass die neue Investitionen tätigen, in neue Firmen, die aufzukaufen, die groß zu machen und sie dann wieder, äh, zu verkaufen. Mhm. Aber, haben sie zwar gemacht, aber halt nicht so in dem Maße, ähm, wie ich mir das als Aktionär vielleicht gewünscht hätte in dem Moment. Ja, in 2020 waren sie erfolgreich, sieht man ja mit dem Bilanzgewinn, ähm, von daher, ja, ist halt die Beteiligung an der Aktionäre, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, wenn die kommen würde. Also, ein Euro ist okay, guck mal, die Aktie, ich, äh, kann man gleich gucken, aber man sieht hier, wollte ich nochmal zeigen, die Aktionäre, ähm, leider ist er nicht so ein richtiger Großaktionär, ähm, deswegen wird es, glaube ich, ganz spannend werden, ähm, die wollen ja auch, wie du schon sagst, auch beteiligt werden, halt für ihr Risiko, für ihr Investment, von daher, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass einige bestimmt auch dem Gegenantrag zustimmen werden. Ja, deswegen, da bin ich echt mehr gespannt, äh, was dann am Ende rauskommt, ob das dann vielleicht sogar mit Erfolg gekrönt ist. Ja, ich werde berichten, ähm, guck, äh, ja, Aurelius hat sich auf jeden Fall wieder gut entwickelt, weil 27 Euro ist die Aktie gerade, ähm, vielleicht. Ja, dabei ist, dabei ist halt, ähm, also 2 Euro jetzt auch echt nicht irgendwie, meiner Meinung nach, nicht so hoch gegriffen, also es ist ja schon. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall möglich. Möglich wäre es, das denke ich auch, gerade bei einem Bilanzgewinn, von daher. Schauen wir mal, was dann, äh, die Hauptversammlung bringt, diese ist übrigens, ähm, ich gucke gerade mal, äh, bis zum 16. Mai habe ich Zeit, Fragen einzureichen, also, falls ihr noch eine Frage an Aurelius habt, schreibt das in die Kommentare, ähm, wenn die sinnvoll ist, natürlich, dann, äh, werde ich die auch stellen, und, ähm, ja, mal schauen. Ich weiß noch mal, wann die ist, die ist, ähm, Dienstag, 18. Mai. Sehr gut, das war die Aurelius. So, so, und dann kommen wir noch mal zu einem anderen Unternehmen. Das fällt mir gerade ein, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, war das nicht, ähm, bei der Aurelius, wo der CEO gesagt hat, äh, ja, sie werden deswegen Corona die Dividende in 2020 nicht zahlen, aber, ähm, dafür werden sie dann in, in 2021 die Dividende dann erhöht ausschütten, sollte sich Corona nicht irgendwie darauf auswirken oder so. Ich meine, das war das Video von Aurelius. Kann sein, ja. Kann sein. Da habe ich irgendwas im Kopf diesbezüglich, deswegen. Er hat daher aus Jena das auch noch im Kopf gehabt und sagt, dass er hat, nee, Gegenantrag, liebe Leute, nicht mit mir. Also, aber schönes Beispiel mal, einen Gegenantrag zu sehen, ich habe sowas noch nie vorher gesehen gehabt, also, wenn ihr als Aktionärer in einer Hauptversammlung sind und ihr seid mit irgendwas nicht zufrieden, und ihr könnt auf jeden Fall einen Gegenantrag stellen, ähm, ihr könnt natürlich auch Fragen stellen, keine Frage, aber, wenn sowas jetzt hier ist, wie bei dieser Firma mit der Dividende und, ähm, du hast ja auch gerade gesagt, hattest, dass der CEO wahrscheinlich das gesagt hat, ich glaube, ja, ich kann mich auch nur dunkel dran erinnern, ähm, warum nicht? Dann sollte man einfach mal einen Gegenantrag stellen. Dafür hat man diese Instrumente als Aktionär, die man auch nutzen kann, wenn es, ähm, ja, richtig und wichtig ist. Okay, äh, genau, wenn ihr Fragen habt, schreibt die Frage, ähm, für Aurelius gerne in die Kommentare, nehme ich gerne mit, ich bin da sehr gespannt. Das nächste Unternehmen ist auch ein Beteiligungsunternehmen, das kennst du auch, das ist die Mutaris SE&Co KGA, ähm, und die haben natürlich auch eine schöne Dividendenstrategie als Beteiligungsunternehmen, wie wir ja wissen. Die haben... Die legen ja ihre Dividende darauf aus, dass die Shareholder ordentlich beteiligt werden an dem Unternehmen gewinnen. Genau. Hier sehen wir jetzt einfach die Basisdividende, ähm, das war, wenn ihr die Aktie schon länger verfolgt, äh, immer auf der Seite kommuniziert worden. Das haben wir auch mal gezählt gehabt, wir hatten, glaube ich, sogar auch extra ein Video gemacht, ich habe das mal rausgesucht. Da haben wir damals gesagt, hier, sehen wir noch, ne, 18.05.2020, dieses deutsche Unternehmenszeit 9% Dividende, ja, ähm, zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, der Kurs, lass uns checken. Ähm... Irgendwo so bei 10, 11 Euro in dem Dreh rum. Ja. So, 1, ja, 18.05.2020, da, 11,24 Euro. Ja. Okay, merkt euch den Kurs, 11,24 Euro. Der war, die ganze Zeit, es war sogar noch ein bisschen niedriger, äh, man sieht das, und dann ging es los. Ich denke, es ist richtig los. Ich weiß, es ist hier schon bei 24,35 Euro, wow. Mhm. Ja, ich habe, äh, zu Glück irgendwann da, glaube ich, nochmal zugeschlagen, ich weiß gar nicht mehr genau wann. Auf jeden Fall habe ich mittlerweile 200 Stück im Depot, ähm, was ja dann doch auch fast 5.000 Euro ausmacht, an Bärth mittlerweile, sehr schön. Ähm, genau, aber, wie gesagt, am 18.05. hatten wir gesehen, war sie bei, äh, 11,29 Euro. 11.26 Euro, okay. Aber macht ja nichts. Ich habe die ja da auch gekauft, äh, ich habe da auch dann zugeschlagen und ich habe dann nochmal, also ich weiß noch, wir haben das Video gemacht mit den, mit den 9 Prozent. Ja. Ähm, da hatte ich ja auch in der Woche dann zugeschlagen noch, oder davor schon, und, ähm, dann ging sie danach, nach unserem Video, ging die Aktie nochmal ein bisschen runter. Also ich glaube, sie ist von 11 Euro auf irgendwie 9 Euro oder so gefallen. Ja. Ähm, und dann wieder, und dann ging sie wieder hoch Richtung 11 und da habe ich nochmal zugeschlagen, bei 11 irgendwas oder 10 irgendwas, sodass ich im Schnitt, glaube ich, irgendwie irgendwas mit knapp über 11 Euro hatte. Ja, so niedrig bin ich auch letztendlich. Wie viele, äh, Aktien hast du im Depot, weißt du das denn? Oh, nee, weiß ich gar nicht. Aber du hast die noch, ne? Ja, die habe ich auf jeden Fall noch, genau. Ähm, und die ist jetzt auch weit über 100 Prozent, äh, im Plus, also im Plus her. Und, ähm, die Dividende war letztes Jahr auch schon schön mit 1 Euro. Ja, und jetzt sagt der, äh, Vorstand entsprechend, ähm, dass die natürlich was anderes planen. Und die planen nämlich, äh, ich gucke mal, so, planen, ähm, Ausschüttung einer Dividende von 1,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020. Und, ähm, das wird vorgeschlagen. Äh, Ausschüttungssumme sind 23 Millionen. Das liegt daran, dass sie halt eine geringe, äh, Aktienanzahl haben. Ähm, das waren das 15 Millionen Aktien, ne, glaube ich. War das? 15,2 Millionen Aktien, ja. Also von daher, ja, ähm, gehöre ich einer zu den Glücklichen, die 200 Stück haben. Das sind dann, ähm, 300 Euro für mich brutto natürlich. Aber, nehmen wir gerne mit. Ähm, und hier sagen sie ganz klar, äh, die halten an ihrer nachhaltigen, attraktiven Dividendenpolitik fest. Für das, äh, Geschäftsjahr 2020. Die Basisdividende, was sie vorhin gesehen haben in der Grafik. Ähm, also sie haben ihr Wort gehalten und dann plus eine Performance-Dividende von 50 Cent. Weil sie halt, ähm, ja, gewirtschaftet haben, ähm, und entsprechend gekauft und verkauft haben. Also, guter Job, würde ich sagen. Mhm. Und das Gute ist ja, das, das ist wirklich, finde ich, Shareholder freundlich. Ähm, ich habe sowas, glaube ich, noch nicht so gesehen. Ähm, sie sagen, also sie sagen ja, das ist das Beste. Ergebnis der Unternehmensgeschichte 2020. Aber mit der neu geschaffenen Performance-Dividende lassen wir unsere Aktionärinnen und Aktionärinnen aktiv an diesem Erfolg teilhaben. Das sagt der CEO, ne? Ja, aber wir wissen ja auch, ähm, wenn man die, die Aktionärstruktur anschaut bei Mutaris, was, dass, äh, der Vorstand und CEO und so weiter, lass mich jetzt nicht lügen, ich weiß es nicht auswendig, aber ich glaube, 40 Prozent oder so hat. Ich habe es mitgebracht, ich habe es schon aufgeschlagen gehabt. Ah. Ja, damit man das natürlich auch sieht, warum das so ist, denn er liebt natürlich nicht eine gute Performance-Dividende, äh, neben der Basis-Dividende, als auch das Management selber, was mit 11 Prozent beteiligt ist. Und der CEO, der das natürlich gesagt hat, hat fast 30 Prozent, ja. Mhm. Ähm, sag ich doch, genau, 41 Prozent, da habe ich es doch richtig im Kopf gehabt. Genau, richtig. 30 Prozent der CEO und 11 Prozent der Rest. Aber, solange er entsprechend, ähm, dafür sorgt, dass der Laden läuft, wird er beteiligt am Erfolg. Und das heißt, wir als Aktionäre auch. Und das ist gar nicht so schlecht, finde ich. Also, ähm, ich teile ja immer gerne mal auf Twitter so ein bisschen meine Gedanken, ne? Ja, und, ähm, schreibe halt auch so, wenn ich mal was Neues gekauft habe. Und, ähm, ich weiß noch, dass ich das letztes Jahr, als ich Mutaris gekauft habe, ähm, habe ich das auch geschrieben. Mhm. Und, ähm, da hat mir jemand auf Twitter geschrieben, so von wegen, oh, da kann ich dich nur warnen. Mutaris, ganz schlimm, äh, weil, bei, äh, 70, nee, 40 Prozent im Management die Aktien und so weiter, äh, retten sich wer kann. Mhm. Ähm, genau. Und, 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 also, das, das geht ja gar nicht und keine Ahnung. Also, auch hier wieder Ansichten natürlich, hat jeder seine eigenen, äh, ich muss sagen, nö, also, für mich ist es okay, weil, ganz ehrlich, sollen die doch, wenn die sich das ausschütten, 10, 20, 30 Prozent, das ist mir völlig Bums, ne? Ja. Ähm, ähm, solange die eine gute Arbeit machen, dürfen die sich auch mehr ausschütten. Genau, und das ist ja das, was wir wollen. Und das ist, finde ich, sehr freundlich gestaltet von Mutaris, wie wir hier sehen, mit dieser Performance-Dividende, ne? Ich glaube, ich kenne kein Unternehmen, was so eine Performance-Dividende hat, oder? Kennst du eins? Ja, doch, doch, ja, das machen die Unternehmen immer mal wieder, wenn, wenn jetzt wirklich, äh, eine gute Performance war, gerade in diesen Beteiligungsgesellschaften, ähm, habe ich das schon öfters mal auch gelesen, dass es eine Performance-Dividende gab. Ja, und, ähm, das ist ja auch okay, ich meine, das ist ja eine Dividende, die abhängig ist von den, von den Verkäufen, die man tätigt, ne? Also, die müssen ja Unternehmen kaufen, verkaufen, bei Mutaris sind es auch die Beratungshonorare, ähm, und dann haben sie ja auch zusätzlich noch, wenn ich nicht alles zum Beispiel, Teiligungen, wo sie ebenfalls auch Dividenden erhalten, oder halt, äh, Ausschüttungen erhalten, und, ähm, von daher ist das schon okay, ne? Also, also, ähm, Gegenantrag konnte ich jetzt nicht finden bei Mutaris, im Gegensatz zu Aurelius, also Aurelius kann sich hier ein Beispiel mal ein bisschen nehmen, und, ähm, ich werde mir auch diese entsprechende Hauptversammlung anziehen, die virtuelle am 20. Mai, ähm, wenn ihr dazu vielleicht die eine oder andere Frage habt, schreibt es gerne auch unten rein, ich schaue mir das an, und dann am letzten Tag werde ich halt eine Mail verfassen an die Investor Relations Abteilung, wenn zuständig sind, die Fragen weiterzuleiten, denn das ist unser gutes Recht, äh, Fragen zu stellen, und der Vorstand muss sie halt beantworten. Also, ähm, ich finde es halt spannend, weil Aurelius und Mutaris ja im selben Bereich unterwegs sind. Ja, ja. Also, beides sind Beteiligungsgesellschaften, ähm, Aurelius eher, glaube ich, sogar schon ein bisschen länger. Ja, ist länger, ja. Oder? Ja, ist länger. Die sind ja, glaube ich, ein bisschen älter am, am, am Markt, wenn man das so sieht, und, ähm, von daher, ja, bin ich mehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe mich, also ich hatte ja beide im Depot, und ich habe mich dann dazu entschieden, Aurelius zu verkaufen, äh, einfach aus dem Grund, ich, ich wollte nur noch, äh, ein Unternehmen von denen drin haben, und habe dann das für mich nominell stärkere Unternehmen genommen, und das war in dem Fall Mutaris, ähm, und, ja. Ja, ja, ich liebe ja ein bisschen das Risiko, also, ich habe beide immer noch, ähm, jetzt bei Mutaris freue ich mich besonders, ne, weil das sind ja dann, weiß ich nicht, 12, 13 Prozent Dividendenrendite, ähm, das ist schon. 15, bei mir fast, 14, 14, irgendwas, ja. Ja, gut, sagen wir 13 vielleicht, ähm, trotzdem ist das schon eine Bombe, und wenn du jetzt denkst, die Basisdividende bleibt bei Mutaris wahrscheinlich auch die nächsten Jahre gleich, kann ich mir vorstellen, da kommt hoffentlich bald ein Update-Markt zu, ähm, dann bin ich schon zufrieden bei 1 Euro, ähm, ja, alles gut. Alles mega, also, wenn die ihre Dividende bei 1 Euro behalten, ähm, habe ich da überhaupt keine Schmerzen mit, weil ich weiß, es werden für mich immer knappe 10 Prozent sein, und, äh, damit bin ich zufrieden. Ja, ja, bin ich auch. Also, jetzt im Mai, dann kriege ich 300 Euro von Mutaris, dann vielleicht, ja, dann 200 Euro von Aurelius, super. Hat sich gelohnt, die Beteiligung an diesem Beteiligungsunternehmen. Ja, mal schauen. Ja, aber, ähm, das sind die Hauptversammlungen gewesen, zu denen ich gehe, zu welchen geht ihr? Das würden wir uns gern mal, äh, würden wir gern mal wissen, ähm, seid ihr auf vielen Hauptversammlungen, weil sie jetzt ja gerade virtuell sind, kann man ja eigentlich auf fast jede gehen, würde ich sagen, ähm, wo man dann Karten bestellen kann, oder eine Einladung bekommt, eingetragen ist, als Aktionär, ne, ganz wichtig. Ähm, ja. Ja, wo ich sagen muss, also, ich werde erst wieder auf Hauptversammlungen großartig gehen, wenn, wenn sie präsent sind. Ja. Weil, es ist halt, manchmal ist es ganz interessant, aber oft ist es halt einfach auch langweiliges Blabla und, äh, da freue ich mich, wenn es dann wenigstens Schnitzel oder so zum Essen gibt. Ein Schnitzel. Ja, gut, ähm, später als Rentner, ähm, werde ich ja wahrscheinlich mal 100, äh, Positionen haben im Depot, wenn auch ein paar Deutsche dabei sind, ähm, das heißt, man kann einen schönen Roadtrip machen hier. Ja, wir fahren dann zum Schnitzel-Essen durch Deutschland im Mai. Genau, richtig, ja. Ein Mittagessen umsonst. Genau. Äh, oder, ja, oder vielleicht gibt es auch, ähm, entsprechende Aktien mit Naturaldividende, natürlich dann auch schön. Ja, die gibt es ja überwiegend in der Schweiz. Genau, leider, 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 leider. Leider, ähm, ich habe mir mal diese Kalida-Aktie angeschaut und habe mir mal den Kalida-Pyjama angeschaut, äh, die jetzt da für die Aktionäre, die da gibt. Der ist ja hochwertig. Ja, der ist hochwertig, aber er ist hässlich. Ja, okay. Aber du kannst auch eine Lind-Aktie kaufen, ähm, da musst du, glaube ich, aber in der Schweiz wohnen, weiß ich jetzt gar nicht. Das ist so ein, so ein Koffer. Ja, aber da musst du die große. Nee, ich glaube, du kriegst die auch, wenn du nicht in der Schweiz wohnst, aber die kostet halt einfach mal, keine Ahnung, was kostet die gerade? 85.000, 89.000? Ja, ja, irgendwie so. In der Aktie, irgendwie so. Ähm, ähm, das würde ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, die, die Diversifikation in meinem Portfolio aus, äh, außer Rand und Bandsch mal schießen. Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ähm, dann kaufe ich für das Geld lieber, äh, die Schokolade einfach selber. Okay, das kann man natürlich machen. Und ich kaufe Mondelez dann. Und dann geht's auch. Ja. Ich glaube, das ist die Dividende für den, also wenn ich für 89.000 Euro Mondelez kaufe, also Mondelez ist ja auch Milka. Ja. Ähm, ich glaube, die Dividende, die ich da bekomme, ist mehr wert als dieser 5-Kilo-Koffer von Lindner. Schokolade von Lindner, ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dann kriege ich wesentlich mehr Milka-Schokolade für 89.000 Euro. Ja, so viel Schokolade isst man ja auch nicht. Aber, okay. Also die Möglichkeit besteht aber. Äh, entsprechend, ja, Hauptversammlung, also auf jeden Fall ein interessantes Thema. Schreibt mal rein, zu welchem Unternehmen ihr geht auf die virtuelle Hauptversammlung. Habt ihr Fragen zu einem Unternehmen, wo ich jetzt hingehe, wo ihr jetzt nicht hingehen könnt oder entsprechend vielleicht mal vorhabt, euch das Unternehmen zu kaufen, aber trotzdem schon eine Frage habt, dann kann ich das dem Vorstand auch gerne stellen. Ähm, ja, ich gucke auch nochmal nach. Ich habe auch noch die eine oder andere Frage, die ich noch zusenden werde. Äh, ja, in diesem Sinne, ähm, hast du noch was? Ja, oder, ja, oder wenn ihr den Sky blamieren wollt, dann schickt ihm irgendeine Frage, äh, ich werde selektieren, ich schicke dir jetzt nichts, äh, unsinniges hin. Moment, das kam von der Community, das musst du schicken. Ja, nicht alles, aber das, was vernünftig ist, was Sinn macht, ähm, dann, das geht mit in meine Mail rein an das Unternehmen. Genau, und wenn ihr Lust habt, mit uns weiter zu diskutieren, äh, über Dividenden oder sonstige Aktienthemen, dann könnt ihr uns jederzeit besuchen im Discord-Server, den ihr jetzt seht. Ähm, hier gibt es auch wieder interessante Kommentare von Dieter und Langfristanleger. Ja, immer dieses Versuch günstiger wieder reinzukommen, das kann auch mal in die Hose gehen, funktioniert nicht immer. Mal gucken. Das stimmt. Ja, war schon. Auf jeden Fall, wir sind gleich noch da, ähm, ihr seid gerne herzlich eingeladen, jederzeit, ähm, mit uns zu schnacken, und in diesem Sinne würde ich sagen, äh, viel Erfolg weiterhin, und, äh, viel Spaß bei der Hauptversammlung, zu der ihr gehen solltet, ähm, das macht, ist interessant, ähm, ja, und wie gesagt, ihr habt's gesehen, man kann auch Gegenanträge stellen, also, das ist die Quittessenz, äh, man kann da auch was bewirken. Von dem würde ich sagen, von dem würde ich sagen, von dem würde ich sagen, sind wir durch. Ja, dann wünsche ich euch, äh, jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video nachher schaut, äh, allen im Livestream auch einen schönen guten Abend, äh, schlaf gut, und dann... Schöne Woche, schönen Wochenstart, bleibt gesund und munter, bis dann. Genau, bis dann, ciao, ciao.